Herzlich willkommen bei InsiderWeg. In diesem Video besprechen wir das Handelsergebnis von Kalenderwoche 49. In Kalenderwoche 49 haben wir insgesamt 5700 Dollar Gewinn realisiert. Damit haben wir erneut ein Allzeithoch erreicht auf unser Tradingkonto. Allerdings sieht alles nicht so räusig aus, wie man gleich sehen wird. Wir haben eine offene Position, die uns etwas Schmerzen bereitet. Dazu mehr bei der Besprechung der Einzeltrades. Wie immer beginnen wir die Woche mit der Besprechung des Portfolios, mit welchem wir Handelswoche 48 beendet bzw. in die Handelswoche 49 gestartet sind. Bei uns im Portfolio hatten wir nur zwei Positionen. Wir hatten mexikanischen Pies auf dem Hauptkonto, eine Long Position im mexikanischen Pies auf dem Hauptkonto und knapp 5000 Dollar im Plus. Dann hatten wir auch dieselbe Position offen auf dem Kleinkonto und 130 Dollar im Plus. Und auch auf dem Kleinkonto hatten wir eine Position offen im Natural Gas Mini Future und waren knapp 700 Dollar im Plus. Erster Trade Natural Gas. Wir handeln diesen Markt, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, auf dem Kleinkonto. Auf dem großen Konto wurden wir leider nicht getriggert. So, das Setup haben wir bei uns in Handelsplan Kalenderwoche 47 in unserer Tradinggruppe besprochen. Gehen wir gleich auf den Tageschat. Da hat sich gegenüber zu der letzten Woche nichts viel verändert. Wir hatten inzwischen starke Tage gehabt, dann wieder schwache Tage. Also insgesamt läuft der Trend in unsere Richtung. Wir werden jetzt später in den Handelsplänen nochmal aufzeigen, was wir mit dem Stopp machen werden. Wir müssen aber auch hier auf jeden Fall den Stopp verschieben und die Risiken reduzieren. So, nächste Trade, mexikanische Pies. Das ist der Trade, wo wir geschafft haben, Gewinn zu realisieren und beziehungsweise rechtzeitig aus der Position auszusteigen. Das ist auch die Position von letzter Woche. Und wie man hier gesehen hat, war unser Aufstieg richtig. Die Gründe dafür haben wir bei uns in der Tradinggruppe, bevor wir die Entscheidung getroffen haben, auszusteigen. Beziehungsweise bevor wir einen Aufstieg gemacht haben, auch bei uns in der Tradinggruppe kommuniziert. Wir haben auch die Gründe genannt, wer bei uns in der Tradinggruppe dabei ist, schaut einfach den Tradeverlauf. Die Handelspläne, die wir immer vorher posten, bevor wir unsere Trades umsetzen. So, insgesamt aus dieser Tradingidee haben wir 5700 Dollar Gewinn realisiert und werden hier auf jeden Fall nochmal weiterhin den Markt beobachten. Wenn die Korrektur zu Ende ist und der Trend nach unten sich fortsetzt, werden wir hier Re-Interest planen. Selben Trade haben wir auf dem kleinen Konto, beziehungsweise die Position, das ist auch von vorletzter Woche. Das hat man vorhin im Portfolio gesehen. Wir haben die Position auch auf dem kleinen Konto gehalten und die haben wir auch geschlossen und dadurch 150 Dollar Gewinn realisiert. Next Trade, Soilbins Öl. Das ist unsere Problemsituation. Wir haben hier ein Verkaufssignal bekommen, das haben wir bei uns im Handelsplänen Kalenderwoche 47 in unserer Tradinggruppe vorgestellt. Das Timing war auch hier passend nach unseren Kriterien, allerdings wie man hier sieht, die Bewegung nach unten hat sich nicht fortgesetzt. Und wir wurden hier auf dem falschen Fuß erwischt. Wir sind hier voll im Risiko. Zur Zeit 34 Kontrakte short. Die Position läuft gegen uns. Das ist eine unbequeme Situation für uns, obwohl wir jetzt die letzten sieben Wochen nur Gewinne realisiert haben. Trotzdem wollen wir natürlich nicht hier Verluste realisieren. Aber Stopp ist ein Markt. Das Risiko ist begrenzt, wenn wir hier ausgestoppt werden, dann ist das ein Teil des Spiels. Im Trading gibt es nicht nur Gewinn, sondern auch Verluste. Wir werden aber uns Gedanken machen und das werden wir auch später bei den Handelsplänen auch besprechen, wie wir aus dieser Nummer rauskommen wollen. Wir haben auch für nächste Woche neue Setups, neue Handelsmöglichkeiten. Und es ergeben sich dadurch auch Möglichkeiten, dann die Verluste hier auszugleichen. Und welche Plan wir uns da zurechtlegen, das zeigen wir später in den Handelsplänen, die wir dann in unserer Trading Gruppe posten. So, die Woche schließen wir mit einem Portfolio, wo wir eine einzige Position auf dem Hauptkonto haben. Das ist Säubinöl, 34 Kontrakte Short und zur Zeit fast 20.000 Dollar im Minus und auf dem Kleinkonto ein Kontrakt Short im Natural Gas Mini Future und 550 Dollar im Plus. Wer unsere Trading Gruppe ausprobieren möchte, da die Möglichkeit jetzt bei einer Weihnachtsaktion mitzumachen. Wir bitten dort drei Monate für 147 Euro anstatt 195 Euro an. Schaut bitte euch das an, wenn, wie gesagt, ihr bis jetzt noch in seiner Gruppe nicht ausprobiert habt, dann ist jetzt die richtige Zeit dafür. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns später in der Trading Gruppe bei den Handelsplänen.